Hallo zusammen, Aizoke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Bedrohung der Nokut anzunehmen bei Kanamadwa Sarvest, auf den Ebenen von Ohava, an dieser Position, auf diesem Balkon. Vor Quest Waffen, Waffenstillstand geprochen und den Wücken freihalten. Gleich mal Quest angenommen. Nun heißt es beschwächt die nächsten Schritte. Okay. Der Sturm berührt den Horizont. Es wird dunkel. Ja, der Sturm ist doch gerade weg. Ich halte mein Versprechen an den Botschafter. Scheinbar brauchen die Maruk und die Drachen sich wieder. Das war es auch schon anscheinend. Rest ist abzugeben bei Kanamadwa Sarvest, auf den Ebenen von Ohava, an dieser Position, also oben in diesem Gebäude. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren, Link zum Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.